Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video und damit auch einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch eigentlich geht's gut. Ihr seid alle gut in diesen Freitag gestartet. Wochenende naht. Langweiliges Wochenende vielleicht bei den Kryptomärkten. Schauen wir uns auf jeden Fall an. Momentan traden wir bei ungefähr 16.900 US-Dollar. Wenig Änderungen zu gestern. Trotzdem, auf einige Punkte gilt es heute zu achten. Auch news-technisch steht heute noch was Wichtiges an. Doch bevor wir starten, lasst doch dem Video gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, kommt gerne in die Telegram-Gruppe. Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Habe ich gestern erst wieder das Signal reingepackt. Mal gucken, ob das noch abgeholt wird. Und ansonsten war das jetzt genug Eigenwerbung. Jetzt starten wir durch. 16.900 US-Dollar. Wie gesagt, wir hatten gestern nochmal so einen kleinen Peak, nachdem Arbeitslosenzahlen und sowas in den USA veröffentlicht wurde. Sind wir bis auf 17.335 US-Dollar gegangen. Stop-Loss des Shorts wurde nicht ausgelöst. Den haben wir extra hier oben über den Pivot gelegt. Mittlerweile ist er auf Stop-Loss-Entry. Hat den Aspekt. Erster Take-Profit war bei ungefähr 16.900 US-Dollar. Das heißt Stop-Loss-Entry. 17.100 ist der Entry mittlerweile. Also warten wir jetzt hier erst einmal ab. Wie gesagt, das zweite Setup in der Gruppe war ja die 17.300 hier oben nochmal das hochzuschorten. Um dann eben trotzdem Stop-Loss hier oben in der Region um 17.600 US-Dollar zu halten. Und einen kleinen Fehler muss ich noch eingestehen von gestern. Und zwar habe ich euch ja gesagt, normalerweise haben wir immer drei Pushs in so einem Cycle. Wenn wir die Vector-Candles angucken. Ist nicht ganz richtig. Und zwar, wir bilden grundsätzlich immer so einen doppelten Boden hier unten. Meistens in der Psy-Range. Das war auch so. Dann haben wir den ersten Push. Wir haben den zweiten Push. Wir haben den dritten Push. Und der vierte ist dann meistens ein Doppeltop. Das heißt, es kann aber auch höher sein. Es würde hier perfekt passen. Dann runter. Dann wieder ein bisschen hoch. Und dann eben die Reise nach unten hin bis zur jeweiligen Psy-Range, die wir am Sonntag gebildet haben. Wieder dahin, um im Endeffekt wieder alles zu resetten. Darauf müssen wir jetzt noch ein bisschen achten. Wie gesagt, trotzdem die Möglichkeit bestünde noch, dass wir hier einfach nochmal hochkommen. Ansonsten, wir haben genug Vector-Candles hier unten noch. In dem Bereich der 16.500. Und natürlich auch die 15.800 US-Dollar. Da wird es natürlich heute interessant werden. Und zwar kommen... Wo haben wir es? Hier haben wir es. Die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft. Prognose liegt bei 200.000. Letzten Monat waren es 261.000. Könnte nochmal ordentlich Bewegung reinbringen. Weil auch der FED-Vorsitzende Paul gesagt hat, es gibt momentan noch zu viele Stellen, beziehungsweise zu viel Beschäftigung im Land. Auch wenn das wirklich krank klingt. Ist es leider so. Solange wir so viele Beschäftigten haben und solange es der Wirtschaft wirklich gut ist, muss die FED nicht unbedingt eingreifen. Das könnte nochmal so ein Punkt sein, der auf jeden Fall Bewegung reinbringt um 14.30 Uhr. Außerdem kommt noch die Arbeitslosenquote. 3,7 Prozent ist die Prognose. Wir hatten letzten Monat schon 3,7 Prozent. Also das könnte auf jeden Fall nochmal Bewegung um 14.30 Uhr reinkriegen. Ob positiv oder negativ, werden wir dann sehen. Meines Erachtens nach, ich glaube immer noch, dass die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft deutlich über den Erwartungen liegen wird. Also wie gesagt, Prognose 200k. Letzten Monat haben wir schon deutlich verfehlt, diese Prognose. Also werden wir einfach mal schauen, wie das um 14.30 Uhr läuft. Das könnte natürlich dann auch, wie gesagt, die Bewegung reinbringen. Deswegen momentan trotzdem die Chance, dass wir hier einfach nochmal in den Bereich der 16.500 runtergehen, ist einfach deutlich höher. Dann ziehen wir nochmal ganz kurz das Fibonacci-Racement dazu. Sehen wir auch, okay, 16.500, 16.460. Dort liegt das Golden Pocket, würde also sehr, sehr gut mit den Vektoren und der Psy-Range von letzter Woche übereinstimmen. Schauen wir nochmal ganz kurz auf die Sessions, beziehungsweise auf die Vektor-Candles. Daily Open lag bei, wo haben wir es hier, 16.968 US-Dollar. Wird sich zeigen, ob wir es darüber schaffen. Wir hatten einen kurzen Peak drüber, sind sofort wieder drunter. Also das ist unser heutiger Widerstand. Müssen wir mal schauen, ob wir da drüber kommen oder ob die Beschäftigten zahlen es dann für sich sprechen. Wie gesagt, der WIG da oben, das ist der, der mich noch ein bisschen verunsichert. Deswegen nochmal eine neue Short-Position in Play. Gut, dann der Blick zu Ethereum. Auch hier wenig Veränderung. Hier sehen wir normalerweise diesen typischen Cycle, deutlich, deutlich klarer. Doppelter Boden, angedacht. So, erster Push, zweiter Push, dritter Push und der vierte nicht mehr ganz so hoch. Dann Konsolidierung und dann müsste eigentlich der nächste Step hier runter Richtung 1.222 US-Dollar sein. Hier unten liegt eine 1-Stunden-Demand. Wir können auch hier nochmal ganz kurz das Fibonacci-Retracement-Level dazu ziehen. Würde auch perfekt hier unten eben wegen diesen 1.206 bis 1.212 US-Dollar passen. Und die Vector-Candle wäre dann auch abgeholt. Also für mich spricht momentan ein bisschen mehr für Short. Ethereum werde ich vielleicht auch nochmal ein kleines Short-Setup in die Telegram-Gruppe reinposten. Momentan läuft meiner noch bei ungefähr 1.300 Entry. Wurde hier zum Glück nicht ausgestoppt. Also minimal wirklich Schwein gehabt hier. Aber wie gesagt, auch hier Profite genommen. Zweiter Take-Profit liegt bei 1.259. Gestern nicht um 1 Dollar abgeholt. Aber gut, was wir mal machen. Für mich momentan zumindest erst einmal nochmal ein kleiner Downside. Bevor wir dann möglicherweise nächste Woche deutlich bullischer sein könnten. Ansonsten gibt es hier wenig zu sagen. Wir haben es nicht. Wir schauen nochmal ganz kurz auf den Daily Close. Der war ja noch relativ wichtig. Wie es da aussieht auch hier. Wir haben es nicht über dieses Hoch hier eben drüber geschafft. Über unser letztes gestern. Wir haben es aber auch hier nicht über die blaue Linie bei 1.294 US-Dollar geschafft. Das heißt, wir haben uns wieder Liquidität da drüber gegriffen. Kein gutes Zeichen. Ein Close darüber wäre deutlich bullischer gewesen. Dann hätten wir auch deutlich, deutlich bullischer nochmal alles in die Wege leiten können. Bis sogar 1.400 US-Dollar wäre dann sogar möglich gewesen. Aber wie gesagt, momentan Daily Close nicht wirklich bullisch. Zumindest momentan. Gut, dann schauen wir uns auch Matic an. Matic gestern noch einen kleinen Short spontan eröffnet. Schauen wir auch mal hier, wie das aussieht. Hier haben wir ein minimal höheres Hoch gebildet. Und das ist immer so ein Punkt, da bin ich relativ schnell auf Stop-Loss-Entry gegangen. Hat einfach den Aspekt. Schönes Doppeltop eigentlich gebildet. Aber guckt euch die Candle an. Da kam so viel Short-Volumen rein. Ist im Endeffekt wirklich das gleiche Spiel wie bei Bitcoin und bei Ethereum. Wir haben überall höhere Hochs gebildet. Beziehungsweise bei Bitcoin höheres Hoch. Aber eben diese Selling-Pressure, die hier oben reinkam und dieses Volumen, ist für einen Short eigentlich nicht wirklich sinnvoll. Weil einfach da oben noch zu viel Liquidität liegt. Die könnten wir uns einfach nochmal mit dem letzten Schub holen. Und dann auch hier nochmal das Preis hier von ungefähr 0,89 Dollar Cent erreichen. Deswegen hier Stop-Loss-Entry. Erst einmal warte ich jetzt erstmal nochmal ab, ob wir hier nochmal Setup reinposten können. Vielleicht nochmal beim höheren Hoch. Und dann müssen wir gucken, wie da das Volumen ist. Weil normalerweise sage ich ja immer zu jedem Setup, guckt auf den 15 Minuten, guckt auf den 1 Stunden Timeframe. Wie ist das Volumen da? Macht es überhaupt Sinn, in solche Candles reinzuschorten? Normalerweise nicht. Hier war aber eindeutig dann ein Downtrend vorhanden. Und wir hatten auch eine Bearish Divergence. Deswegen bin ich das Risiko einfach mal eingegangen. Gut, dann habe ich noch gesehen, Cadena Trade komplett explodiert wieder. Also auch hier mittlerweile 50, 60 Prozent im Plus, nachdem wir hier ausgebrochen sind. Ganz kurz mal, da sind wir ungefähr hier unten long gegangen, nachdem wir das Breakout hatten. Dann kam die erste Impulswelle, Konsolidierung und die zweite. Da müssen wir mal schauen. Also ich werde hier auf jeden Fall das 50 Prozent rausnehmen aus diesem Swing Trade. Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu riskant. Spotmäßig habt ihr ja alle, beziehungsweise die, wo das Altcoin-Video geschaut haben, bei 0,79. War der Entry, je nachdem, gehen wir das mal ein bisschen pessimistischer an, ist man hier auch schon ohne Hebel bei 35 Prozent im Plus zwischenzeitlich gewesen. Also auch hier nochmal so kleiner Tipp von mir, nehmt einfach ein bisschen Profite. Weil nur wenn ihr Profite sichert, habt ihr auch wirklich Profite. Also nur weil euer Trade 60 Prozent im Plus ist, die Profite habt ihr euch noch nicht gesichert. Deswegen hier auch nochmal ein kleiner Rewinder bitte aufzupassen. Gut, dann nochmal ganz kurz der Blick auf den SPX, also auf den S&P 500. Wer sich an den Wochenausblick erinnern kann, da haben wir drüber gesprochen, okay, wir haben dieses riesige Falling Broadening Wedge. Und was auch wichtig war, wir haben drüber gesprochen, hier oben hatten wir noch so eine kleine, so ein kleines E-Gap gebildet und das wurde gestern auf den Dollar genau gefischt, beziehungsweise gefüllt und wir wurden hier rejected an unserem Falling Broadening Wedge. Und da wird sich jetzt, denke ich mal, heute zeigen, wie eben die Zahlen sind. Brechen wir hier aus, es ist absolut bullish für den Markt. Wir sehen den Dow Jones Index auch mittlerweile ein bisschen am Strugglen. Also wir kriegen hier keinen richtigen Impuls mehr, wir kämpfen hier weiterhin um das Golden Pocket. Wir haben die blaue Linie zwar mit Daily Close durchbrochen, aber so richtig gesund sieht das auch nicht aus. Also da wird es jetzt langsam interessant werden. Wir kommen jetzt beim S&P 500 im Widerstand. Wir kriegen im Dow Jones keine richtigen Impulse mehr. Auch wenn die Fettsetzung einigermaßen, in Anführungszeichen, bullisch war, sollte man hier trotzdem ein bisschen vorsichtig sein. Gut, dann schauen wir uns noch ganz kurz die News an, die ich noch nicht aktualisiert habe. Wurden ja gestern schon in die Telegram-Gruppe gepostet. Sam Bankman-Fried, 16,4 Millionen Bahamas Haus für FTX-Mitarbeiter. Also wenn ihr einen Job sucht, ich glaube FTX sucht bestimmt gerade ein paar Mitarbeiter. Vielleicht könnt ihr dann auch hier Urlaub machen. Nee, Spaß beiseite. Einfach krank, dass der Typ einfach immer noch frei rumläuft. Und vor allem, er hat sich ja live geäußert, die letzten, ich glaube, letzten zwei Tage irgendwo. Also es ist schon krank. Also die ganze Welt, wenn man so eine Scheiße baut, gehört man in den Knast und nicht noch auf den Bahamas. Und hier Interviews, da Interviews. Einfach krank, die ganze Sache. Gut, dann war es das von meiner Seite. Wir hören uns dann später noch zum XRP und IOTA-Update. Zweiter Teil oder zweiter Türchen vom Adventskalender kommt dann um 12 Uhr noch online. Ja, das war es dann von meiner Seite. Ich wünsche euch schon mal einen guten Start ins Wochenende. Wer Bock hat, später noch XRP, IOTA, gerne vorbeischauen. Das war es von mir. Schönen Start ins Wochenende. Bis dahin. Ciao, ciao und stay crypto.